Wir danken Birgitta Assheuer und Professor Klaus Reichert, dass sie mit Briefen, Erinnerungen und Gedichten an und von Paul Celan heute Abend zu uns gekommen sind. Klaus Reichert, man muss es eigentlich nicht sagen, aber ich sage es nochmal für die, auch für die Jungen, die das vielleicht doch alles noch nicht wissen, was er alles getan hat. Man kann es gar nicht auflisten, aber ein kurzer Einblick, wie auch unten in der Ausstellung. Klaus Reichert studierte Philosophie und Sprachen in Marburg, London, Gießen und Frankfurt am Main und danach arbeitete er als Lektor, Übersetzer und Herausgeber moderner und klassischer Autoren, unter anderem der Joyce-Ausgabe des Surkamp Verlags. Er ist emeritierter Professor für Anglistik und Amerikanistik in Frankfurt am Main und von 2002 bis 2011 war er Präsident der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung in Darmstadt. Klaus Reichert lebt und arbeitet ganz in der Nähe des Holzhausen-Schlösschens, wenige Straßen weiter. Heute hören wir von einem ganz jungen Klaus Reichert, der mit 17 Jahren zum ersten Mal Ceylan-Gedichte las und der mit 19 Jahren bei Ceylan in Paris klingelte und nicht nur Ceylan antraf, sondern auch Hermann und Hanne Lenz und nicht nur das, sondern auch die Musik hörte und auch gleich erkannte. Aber ich will nicht zu viel verraten, denn wir werden heute ja aus diesem Buch hören, aus den Begegnungen mit Klaus Ceylan und mit Paul Ceylan. Genau, also mit Paul Ceylan und Klaus Reichert. Birgitte Assheuer ist Sprecherin für Radio und Fernsehen und arbeitet seit vielen Jahren für die Sender der ARD, das ZDF, Dreisat, Arte und ORF. Als Erzählstimme hört man sie in Kinoproduktionen und TV-Dokumentationen. Für Hörbuchverlage liest sie Lyrik, Kurzgeschichten und Romane bekannter Autorinnen und Autoren. Darüber hinaus tritt sie bei Literaturfestivals, Lesungen und Konzerten auf. Im Holzhausenschlösschen las Birgitte Assheuer zuletzt eine Auswahl aus dem Werk Ilse Eichingers. Und sie ist regelmäßig bei uns in der Reihe Salon Controvers, Briefe schreiben und lesen, die von Hanne Kulessa konzipiert wird, zu hören und zu sehen. Wenn solche Abende wie heute, die für uns sehr wertvolle Abende hier im Holzhausenschlösschen und in Frankfurt sind, da haben wir uns etwas einfallen lassen bei dem Umbau des Holzhausenschlösschens, dass wir gesagt haben, wir möchten, wenn es da auch etwas zu sehen gibt, zum Beispiel interessante Handschriften, aber auch interessante Dinge, die um den Abend herum vielleicht einen kleinen weiteren Einblick geben könnten, da haben wir uns etwas einfallen lassen. Und ich danke da auch Klaus Reichert sehr, sehr herzlich, dass wir diese Dinge vorbereiten durften. Und so kann man eine kleine Ausstellung, einen kleinen Einblick in die Briefe, aber auch in das Denken und Arbeiten von Klaus Reichert und seinem Autor Paul Celan unten in den Vitrinen nachspüren. Diese kleine Ausstellung ist vom 11. Mai bis 30. Juni unten zu sehen. Lassen Sie mich Ihnen ohne Umschweife sagen, wie glücklich ich darüber bin, Sie als festen Punkt in der Richtung zu wissen, in der meine Arbeiten, das Zentrale, Zentralste in meinem Leben, sich zu bewegen versuchen, Sie dort zu wissen als Angesprochenen, immer Ansprechbaren und immer Erwidernden und mit Ihnen Ihre Frau. Das können wir in dem Buch, das 2020 wahrscheinlich das Letzte, was zu Paul Celan von einem Zeitzeugen aufgeschrieben wurde, lesen. Und dafür möchte ich schon an dieser Stelle, dass es dieses Buch gibt, sehr herzlich danken. Todesfuge Schwarze Milch der Frühe Wir trinken sie abends, wir trinken sie mittags und morgens, wir trinken sie nachts, wir trinken und trinken. Wir schaufeln ein Grab in den Lüften, da liegt man nicht eng. Ein Mann wohnt im Haus, der spielt mit den Schlangen, der schreibt, der schreibt, wenn es dunkelt nach Deutschland, gilt nach Deutschland, dein goldenes Haar, Margarete. Er schreibt es und tritt vor das Haus und es blitzen die Sterne, Er pfeift seine Rüden herbei, er pfeift seine Juden hervor, lässt schaufeln ein Grab in der Erde. Er befiehlt uns, spielt auf nun zum Tanz. Schwarze Milch der Frühe Wir trinken dich nachts, wir trinken dich morgens und mittags, wir trinken dich abends, wir trinken und trinken. Ein Mann wohnt im Haus, der spielt mit den Schlangen, der schreibt, der schreibt, wenn es dunkelt nach Deutschland, dein goldenes Haar, Margarete. Dein aschnes Haar, Sulamit. Wir schaufeln ein Grab in den Lüften, da liegt man nicht eng. Er ruft, stecht tiefer ins Erdreich, ihr einen, ihr anderen singet und spielt, er greift nach dem Eisen im Gurt, er schwingt's, seine Augen sind blau, stecht tiefer die Spaten, ihr einen, ihr anderen spielt weiter zum Tanz auf. Schwarze Milch der Frühe Wir trinken dich nachts, wir trinken dich mittags und morgens, wir trinken dich abends, wir trinken und trinken. Ein Mann wohnt im Haus, dein goldenes Haar, Margarete, dein aschnes Haar, Sulamit. Er spielt mit den Schlangen, er ruft, spielt süßer den Tod, der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Er ruft, streicht dunkler die Geigen, dann steigt ihr als Rauch in die Luft, dann habt ihr ein Grab in den Wolken, da liegt man nicht eng. Schwarze Milch der Frühe Wir trinken dich nachts, wir trinken dich mittags, der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Wir trinken dich abends und morgens, wir trinken und trinken, der Tod ist ein Meister aus Deutschland, sein Auge ist blau, Er trifft dich mit bleierner Kugel, er trifft dich genau. Ein Mann wohnt im Haus, dein goldenes Haar, Margarete, er hetzt seine Rüden auf uns, er schenkt uns ein Grab in der Luft, er spielt mit den Schlangen und träumt, der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Dein goldenes Haar, Margarete, dein aschnes Haar, Sulamit. Ich weiß nicht, ob Sie alle die Todesfuge kennen, das ist das berühmteste Gedicht, was Celan geschrieben hat und das in sämtliche Sprachen der Welt übersetzt worden ist, inzwischen mit Ausnahme des jüdischen, selbst im hebräischen gibt es das. Das ist ein Gedicht, was nicht nur der Fantasie entspringt, sondern Celan kannte genau Berichte über die Judenvernichtungen in seinem Land, in Rumänien, in Tschernowitz, in der Bukovina, dem Land, das einmal eine Grundkologie Österreichs gewesen ist, bis 1918. Dann wurde es im Gefolge des Krieges zu Rumänien geschlagen. Später haben die Sowjets es erobert und schließlich die Nazis und dann wieder die Sowjets. Zellan hat in seiner ersten Rede, die er in Deutschland gehalten hat, als Dankesrede für den Bremer Literaturpreis geschrieben, ich komme aus einem Land der Bukovina, das nun der Geschichtslosigkeit anheim gegeben worden ist. Das ist nämlich das, was die Sowjets immer mit den Ländern gemacht haben, auf den sie ihre große Bärentatze gelegt haben, vor allem die Kultur, nicht nur die Menschen, die Kultur zu vernichten. Die Geschichtslosigkeit anheim gegeben, das ist genau das, was Putin vorhatte, eben auch mit der Ukraine jetzt wieder zu veranstalten, nachdem es seine Vorgänger, die Stalinisten, in der Bukovina gemacht haben. Er ist am 23. November 1920 in Czarnowicz als Paul Amtschel gewohnt, in einer Stadt, die etwa 60 Prozent jüdische Bevölkerung hatte, eine Vielvölkerstadt, in der Hebräisch, das Alte, das Bibelhebräisch, das Neuhebräisch, das Jüdische gesprochen wurden. Es gab einen Kunsthistoriker, Moshe Warasch, in Jerusalem. Der war ein Sandkastenfreund von dem jungen Paul. Er sprach jüdisch und Paul sprach sein Deutsch, sein Czarnowitzer Deutsch, was ein bisschen anders ist, ein bisschen gewöhnungsbedürftig, gerade auch, wenn er die Todesvugel las, er spielt mit den Schlangen. Und er sprach von den Engeln. Das haben wir so im Ohr. Er hatte eine hohe, eine, sagen wir mal, fast tenorhafte Stimme, etwas Singendes in der Stimme. Ich habe das noch im Ohr. Wenn er sagte, hier ist Paul Celan. Die Deutschen sagten gerne Celan, weil sie es für einen exotischen Namen halten, aber er nannte sich, er betonte sich von und ohne Nasal. Aber er hieß eben erst Paul Anstel und eine Zeit lang hieß er auch so. Wann das Gedicht genau geschrieben ist, ist umstritten. Er selber meinte, es sei 1945 geschrieben, vielleicht auch vorher schon. Jedenfalls ist es ein Gedicht, das im Hintergrund die Deportation seiner Eltern hat, seines Vaters, seiner Mutter. Seine Mutter war sehr österreichisch orientiert. Sie ging als junge Frau ins Burgtheater. Und dieses Deutsch, dieses Bühnendeutsch hat sie ihrem Paul auch vermittelt. Und deswegen unter anderem hat er wohl dieses pathetische Sprechen gehabt, wenn er seine Gedichte selber vortrug, also zumal Todesvogel. Und das hätten wir, das wäre nicht gut gewesen, wenn wir damit mit seiner Stimme angefangen hätten. Deswegen hat Brigitte Assauer das auf Konserve gelesen. Und das ist eben sehr schwer zu lesen nach dem, was dieses Gedicht für eine Geschichte auf seinem Buckel hat. Das kann man nicht vor einem Publikum, wo man die meisten Menschen auch kennt, vorlesen. Das geht aber durch diese Verfremdung, indem es eben aus dem Off kommt. Aus dem Off kommen, das ist mein Stichwort. Das ist ihr Stichwort, ja. Jetzt habe ich das abgerissen, sozusagen. Na, ich könnte vielleicht auch ohne, aber das geht wieder nicht, weil das ja übertragen wird und so weiter. Also, seine beiden Eltern wurden deportiert. Er wusste, dass der Vater irgendwie umgekommen ist. Er wusste aber auch, dass seine Mutter tatsächlich durch Genickschuss gestorben ist. Das hat man ihm mitgeteilt. Und er hat im Grunde, das werden Sie seinen Gedichten anhören, er hat im Grunde sein Leben lang um seine Mutter getrauert. Und er hat einmal geschrieben, das einzige Grabmal, was meine Mutter bekommen hat, ist dieses Gedicht Todesfuge. Das übrigens zunächst mal auf Rumänisch publiziert wurde, unter dem Titel Todes-Tango. Als ganz junger Mensch hat er ein humanistisches Gymnasium besucht. Er sprach Rumänisch, Lateinisch, Griechisch, ich hatte er in der Schule, Englisch und Französisch auch. Der Vater hat darauf gedrungen, dass er eine jüdische Erziehung bekommt. Er hat mit 13 seine Bar Mitzvah bekommen. Er hat dann noch weiter Hebräisch gelernt. Er schrieb einen Brief an uns, er habe zehn, zwölf Jahre Hebräisch gelernt. Also er konnte das wirklich. Und ich glaube, dass viele der Schwierigkeiten seiner Sprache sich daraus ableiten, dass er hebräische Wortbildungen versucht hat zu bilden. Ich werde ganz am Ende des heutigen Abends auf eine solche Wortbildung kommen. Denn mit hebräischen Wörtern können Sie grammatisch alles machen. Das geht nur auch im Ungarischen und anderen Sprachen nicht. Als wir vor der Akademie mal in Budapest waren, haben wir erfahren, dass man nur auf Ungarisch eigentlich dichten kann. Ich habe dann einen Menschen gefragt, der Ungar ist, nämlich Ivan Nagel, den berühmten Theatermann, der ist ja Ungar von Hause ausgewiesen. Und der überlegte, ich sagte, Ivan, stimmt das, dass man nur auf Ungarisch dichten kann? Sagt er spontan ja und dann vielleicht noch auf Englisch. Also, Zeland konnte kein Ungarisch, aber umso besser eben das Hebräische. Und Russisch hat er eben auch gelernt. Er ist noch, als er Rumäne war, ist er 1938, 1939 durch Deutschland gefahren, um in Tua Medizin zu studieren und hat auch das Grundstudium dort geschafft. In einem späten Gedicht heißt es, über Krakau bist du gekommen, am Anhalter Bahnhof floss deinen Blicken ein Rauch zu, der war schon von morgen. Er war einen Tag vor der sogenannten Kristallnacht am Anhalter Bahnhof in Berlin. Und das hat in dem späten Gedicht, hat das noch nachgewirkt. Er hat als ganz junger Mensch angefangen zu übersetzen, eben aus dem Englischen, zum Beispiel Shakespeare Sonnette, die später dann 21 Sonnette in der Inselbücherei erschienen sind, aus dem Russischen, aus dem Französischen. Er war nicht im KZ, aber er musste in ein Arbeitslager gehen. Und da und auch davor schon sind frühe Gedichte entstanden. Eines der Lager, der rumänischen Lager, hieß Tabarest. Und als ich ein paar Jahre später, 1959, in London war und im Kreis von Emigranten verkehrte, lernte ich eine junge Frau kennen, Anita Mittwoch, die mit Ceylan zusammen im Arbeitslager war. Sie hatte ein schöner Jüngling, aber sehr unnahbar. Wir wussten, er schreibt Gedichte, aber er hat uns keine gezeigt. Und er konnte zu Hause noch wohnen, musste aber täglich dann nach Tabarest ins Lager kommen und dort Straßenbau betreiben. Wenn Sie seine Gedichte lesen, ist sehr häufig von Graben, Graben, Graben die Rede. Und das hat natürlich nicht nur mit den Gräbern zu tun, sondern die auch vorkommen, Todesfugel, sondern eben auch mit dem Straßenbau. Und ein Gedicht werden wir gleich hören, das in Tabarest im Lager geschrieben worden ist. Und ich wollte das gerne haben, weil es aus dieser Zeit stammt. Aber wir hören zunächst mal ein ganz frühes Gedicht, das heißt Drüben. Erst jenseits der Kastanien ist die Welt. Wenn man in Tschernowitz aus dem Fenster, lebend zur Ebene Erde, gesprungen ist in den Hof, da war ein großer Hof, wo Holz abgelagert wurde, der Vater war Holzhändler. Und dieser Hof war begrenzt von Kastanien. Es kann da eher ein autobiografisches Gedicht sein, wie so vieles von ihm autobiografisch war. Und es hat Märchentöne. Es verrät seine Verbundenheit mit der deutschen Romantik, könnte man schon sagen, mit dem deutschen Märchenhintergrund, mit dem Knaben Wunderhorn und so weiter. Bitte, Birgitta. Drüben, erst jenseits der Kastanien ist die Welt. Von dort kommt nachts ein Wind im Wolkenwagen und irgendwer steht auf daher. Den will er über die Kastanien tragen. Bei mir ist Engel süß und roter Fingerhut bei mir. Erst jenseits der Kastanien ist die Welt. Dann zirp ich leise, wie es Heimchen tun. Dann halt ich ihn, dann muss er sich verwehren. Ihm legt mein Ruf sich ums Gelenk. Den Wind hör ich in vielen Nächten wiederkehren. Bei mir flammt Ferne, bei dir ist es eng. Dann zirp ich leise, wie es Heimchen tun. Doch wenn die Nacht auch heut sich nicht erhellt und wiederkommt der Wind im Wolkenwagen. Bei mir ist Engel süß und roter Fingerhut bei mir und will ihn über die Kastanien tragen. Dann halt. Dann halt ich ihn nicht hier. Erst jenseits der Kastanien ist die Welt. Die Nacht mit fremden Feuern zu versehen, die unterwerfen, was in Sternen schlug, darf meine Sehnsucht als ein Brand bestehen, der neunmal weht aus deinem runden Krug. Du musst der Tracht des heißen Monds vertrauen, der stolz verschwendet, was der Sommer bot und lebt, dass er am Bogen deiner Brauen errät, ob deine Seele träumt im Rot. Er fürchtet nur, wenn seine Flammen fallen, weil ihn der Hauch der Gärten seltsam schreckt, dass er dem Aug der süßesten von allen sein Herz, das schwarz von Schwermut ist, entdeckt. Es ist eben im Lager entstanden. Taberischt. Nähe der Gräber. Kennt noch das Wasser des südlichen Bug, Mutter, die Welle, die Wunden dir schlug? Weiß noch das Feld mit den Mühlen inmitten, wie leise dein Herz, deine Engel gelitten? Kann keine der Espen mehr, keine der Weiden, den Kummer dir nehmen, den Prost dir bereiten? Und steigt nicht der Gott mit dem knospenden Stab den Hügel hinan und den Hügel hinab? Und duldest du, Mutter, wie einst, ach, daheim, den leisen, den deutschen, den schmerzlichen Reim? Der schmerzliche Reim erinnert an den Todesvogel, wo es einen einzigen Reim gibt. Der Tod ist ein Meister aus Deutschland, sein Auge ist blau, er trifft dich mit bleierner Kugel, er trifft dich genau. Dieses Gedicht, Nähe der Gräber, hat er geschrieben im Juli 1944, er war nicht mehr im Lager, er kehrte zurück aus Kiew, wo er als Krankenwärter, Kranken, seine Täter, so etwas, in einer Klinik für psychiatrisch Kranke gearbeitet hatte. Und dort hatte er von der Erschießung seiner Mutter gehört. Und dieses Gedicht nimmt darauf Bezug, den deutschen Reim. Von April 1945 bis November ging er nach Budapest, äh, nach Bukarest, entschuldigung, und arbeitet dort als Lektor und Übersetzer aus dem Russischen ins Rumänische. Einer seiner ersten Arbeiten war eine Übersetzung des Romans »Ein Held unserer Zeit« aus dem Russischen, aus dem 19. Jahrhundert, von Lea Montoff aus dem Russischen ins Rumänische. Er hatte dort Freunde, dichtende Freunde, die meistens Deutsch schrieben, und die Frau eines Dichters, Margot Sperber, die sagte, mit dem Namen Ancel können Sie nicht Dichter sein. Also, das drehen wir doch mal rum, machen ein Alagramm daraus. Und dann kam »Zähl an« daraus. Also, das ist die Umkehr von »Ancel«. Das ist »A-N-C-E-L« oder »C-E-L«, kann man das schreiben. Also, das Rumänische hatte insofern, der Aufenthalt in Bukarest hatte, auch das Schöne, das er gelernt hat, wie er sich künftig nennen soll. 1957 ist er geflüchtet über die grüne Grenze aus Bukarest, weil er die Angst hatte. Das Land war ja inzwischen sowjetisch geworden, nachdem die Nazis verjagt, besiegt worden waren, Gott sei Dank. Und er flüchtete nach Berlin 1947 und blieb dort bis, im Dezember 1947, blieb dort bis Ende Juni 1948. Dort gibt es erste Veröffentlichungen, seiner Gedichte. Otto Basel hat eine Zeitschrift, der Plan. Und vor allen Dingen hat er dort eine große Liebe gefunden, die im Grunde bis an seinem Lebensende seine große Liebe blieb, nämlich die ganz junge Schriftstudentin der Philosophie, die gerade über Heidegger schrieb, ihre Doktorarbeit, Ingeborg Bachmann. Und die meisten Gedichte, die da entstanden sind, hat er später dann rückwirkend für dich. FD stand dann über den Gedichten, aber offiziell hat er das nicht bekannt gemacht. Jedenfalls in Wien entstand der erste Gedichtband, den er drucken ließ, der Sand aus den Urnen, 1948. Er hat aber sofort die Auflage wieder zurückgezogen, weil sie voller Druckfehler gewesen ist. Aber einige dieser Gedichte hat er schließlich übernommen in seinen ersten Gedichtband, der dann heißen sollte Mond und Gedächtnis. Sie haben noch das Mondgedicht im Ohr. Mond ist für ihn eine sehr wichtige Pflanze gewesen, wegen dem Mond und Gedächtnis, heißt der erste Gedichtband, wegen dieses Gegensatzes zwischen Vergessen und eben doch Eingedenken. Jetzt liest du den zweiten Block, unter anderem das Gedicht Espenbaum, was wiederum der Mutter gewidmet ist. Espenbaum, dein Laub blickt weiß ins Dunkel. Meine Mutter Haarwart nimmerweiß. Löwenzahn, so grün ist die Ukraine. Meine blonde Mutter kam nicht heim. Regenwolke säumst du an den Brunnen. Meine leise Mutter weint für alle. Runder Stern, du schlingst die goldene Schleife. Meine Mutter Herz ward wund von Blei. Eichne Tür, wer hob dich aus den Angeln? Meine sanfte Mutter kann nicht kommen. Spät und tief. Boshaft wie goldene Rede beginnt diese Nacht. Wir essen die Äpfel der Stummen. Wir tun ein Werk, das man gern seinem Stern überlässt. Wir stehen im Herbst unserer Linden als sinnendes Fahnenrot, als brennende Gäste vom Süden. Wir schwören bei Christus dem Neuen, den Staub zu vermählen, dem Staube. Die Vögel dem wandernden Schuh. Unser Herz eine Stiege im Wasser. Wir schwören der Welt die heiligen Schwüre des Sandes. Wir schwören sie gern. Wir schwören sie laut von den Dächern des traumlosen Schlafes und schwenken das Weißhaar der Zeit. Sie rufen. Ihr lästert. Wir wissen es längst. Wir wissen es längst. Doch was tut's? Ihr malt in den Mühlen des Todes das weiße Mehl der Verheißung. Ihr setzt es vor unseren Brüdern und Schwestern. Wir schwenken das Weißhaar der Zeit. Ihr mahnt uns. Ihr lästert. Wir wissen es wohl. Es komme die Schuld über uns. Es komme die Schuld über uns aller warnenden Zeichen. Es komme das gurbelnde Meer, der geharnischte Windstoß, der Umkehr, der mitternächtige Tag. Es komme was niemals noch war. Es komme ein Mensch aus dem Grabe. Corona Aus der Hand frisst der Herbst mir sein Blatt. Wir sind Freunde. Wir schälen die Zeit aus den Nüssen und leeren sie gehen. Die Zeit kehrt zurück in die Schale. Im Spiegel ist Sonntag. Im Traum wird geschlafen. Der Mund redet wahr. Mein Aug steigt hinab zum Geschlecht der Geliebten. Wir sehen uns an. Wir sagen uns Dunkles. Wir lieben einander wie Mond und Gedächtnis. Wir schlafen wie Wein in den Muscheln, wie das Meer im Blutstrahl des Mondes. Wir stehen umschlungen im Fenster. Sie sehen uns zu von der Straße. Es ist Zeit, dass man weiß. Es ist Zeit, dass der Stein sich zu blühen bequemt. Dass der Unrast ein Herz schlägt. Es ist Zeit, dass es Zeit wird. Es ist Zeit. Das ist das erste Liebesgedicht, was er für Ingeborg Bachmann geschrieben hat. Er hat es ihr ein Jahr später zum Geburtstag im Juni geschenkt mit einem wunderbaren Brief. Er schicke ihr hier mit das Gedicht und eben einen Arm voll Mond und einen eben solchen Arm voller Gedächtnis und hat jetzt tatsächlich Mondblüten geschickt schicken lassen von irgendeinem Phlyropladen, sodass sie an ihre Eltern schreibt. Ich weiß gar nicht wohin mit diesem ganzen Mond, die ganze Stube ist voll davon. Das Gedicht, was sie vorher gehört haben, wollte ich deshalb ihnen zu Gehör bringen lassen, weil es ursprünglich Doikalion und Pyra hieß. Das heißt also die beiden in der alten Menschen, die in der Antike die große Sintflut überlebt haben. Es ist also ein Gedicht nach der Sintflut sozusagen und in diesem Gedicht kommt vor ein Wort, was immer wieder vorkommt, Mühlen des Todes. Das ist ein Wort, was eine große Rolle spielt in der Zehner und Rezeption, weil er sagte, das ist eine tote Metapher, eine leere Metapher, die er ständig verwendet, das darf doch nicht sein. Mühlen des Todes ist aber der übliche Ausdruck, den die Nazis verwendet haben für ihre KZs. Eichmann sagte in Budapest, ich schicke die Juden in meinen Todesmühlen oder Mühlen des Todes und es wird aus diesem vorhandenen Begriff ihm ein Strick sozusagen getreten, das ist eine tote Metapher verwendet. Er hat wenig Metapher, das sind alles ganz konkrete Ausdrücke und die Mühlen des Todes oder Deathmills waren 1948 ein Film, den Billy Wilder gedreht hat, den die Deutschen nicht sehen wollten, wo zum ersten Mal dieses Vernichtungslager dokumentiert waren. Es gibt andere Sachen, die die Deutschen nicht sehen wollten und lesen wollten, zum Beispiel Primo Levi, Sequesto e un Uomo, das war ein ganz früher KZ-Bericht, also über Birkenau, wo er saß und das ist in Deutschland nicht zur Kenntnis genommen worden. Es gibt da noch was, da komme ich später drauf, den Film Nacht und Nebel, der in Cannes gezeigt werden sollte, von dem es dann hieß, der ist den Deutschen nicht zumutbar und die Deutschen, das wird das Bild der Deutschen, das langsam wieder sozusagen gereinigt wird, nur schaden, wenn man diese Leichenberge jetzt zeigt. Das war Deutschland nach dem Krieg. Jedenfalls merken Sie solche Ausdrücke wie Mühlen des Todes, die geläufig waren, für den, der es hören wollte, die in der Zeit nach den 40er Jahren eben vorhanden waren und keineswegs eine Metapher waren. Er ging aus Wien wieder weg nach Paris im November 1951, lernte dort eine junge Grafikerin kennen, Giselle Letrange, die aus dem französischen Hochadel stammte. Sie müssen sich vorstellen, ein armer, staatenloser, kleiner Judenbengel lernt eine Tochter aus höchstem französischem Adel kennen und die heiraten sich auch noch, was das bedeutet für die Gesellschaft. Er wurde irgendwann, aber das dauerte noch ein paar Jahre, naturalisiert, war dann sehr stolz darauf, Franzose zu sein. Bis dahin aber und auch als Bräutiger war er noch ein staatenloser Ostjude. und die Franzosen hatten ja auch ihre gehörige Portionen Antisemitismus bis heute, wie wir auch. Gut, in dem 51 November hat er Giselle geheiratet. Im nächsten Jahr, im Mai, war er eingeladen zur Gruppe 47, die an Rossi tagte und er hat dort gelesen, unter anderem die Todesvogel und Hans-Werner Richter, der Organisator der Gruppe 47, soll er gesagt haben, das ist ja wie Goebbels. Also die Art, wie Celan eben las. Man hatte dieses pathetische Bühnendeutsch natürlich noch im Ohr, was auch Leute wie Goebbels gesprochen haben, aber bei Celan kam das von seiner Mutter mit ihrer Theaterbegeisterung für die Wiener für das Wiener Bocktheater. Das muss man sich mal vorstellen. Jemand sagt, ein ehemaliger deutscher Wehrmachtssoldat sagt zu Celan, dessen Eltern man umgebracht hatte, das klingt ja wie Goebbels. Trotzdem auf der Tagung war auch Ingeborg Bachmann, hat sie wieder gesehen, den Preis bekam die Issa Eichinger, Preis der Gruppe 47 und aber er bekam auch relativ viele Stimmen, also es war kein solcher Misserfolg, wie er es dann später erzählt hat und er fand einen Verleger. Das war die Deutsche Verlagsanstalt, die eben sofort einen Vertrag gegeben haben und noch in diesem gleichen Jahr 52 ist eben dann der erste offizielle Gedichtband Moon und Gedächtnis erschienen bei der Deutschen Verlagsanstalt. Aus diesem Band werden wir noch zwei Gedichte hören und dann gehen wir weiter, nämlich Die Krüge, Klaus Demos gewidmet, das war ein früher Freund, bis zuletzt ein Freund von ihm. Es gibt einen sehr umfangreichen, sehr wichtigen Briefwechsel. Klaus Demos hat nur den Fehler begangen, irgendwann als Ceylan nur noch sich verfolgt fühlte, einen Brief zu schreiben, ich glaube Paul, du bist verrückt und damit war die Freundschaft natürlich am Ende. Aber die muss lebt noch, korrespondieren gelegentlich zu Festtagen, es muss ein zauberhafter Mann sein, Kunsthistoriker, die haben sich in Paris kennengelernt und angefreundet, das ist die älteste Freundschaft sozusagen, die sich erhalten hat und jetzt liest Birgitta die Krüge, die Klaus Demos gewidmet sind und dann das Gedicht Zähle die Mandeln, das ist ein Gedicht, was Ceylan sehr häufig gelesen hat und was diesen ersten Gedichtband Munen Gedächtnis abschließt. Die Krüge für Klaus Demos an den langen Tischen oder ich oder ich Zähle die Mandeln, Zähle, was bitter war und dich und dich wach hielt zu dir und dann schwangen die Hämmer frei im Glockenstuhl deines Schweigens stieß das Erlauschte zu dir legte das Tote den Arm auch um dich und ihr ginge zählt dritt durch den Abend Mache mich bitter Zähle mich zu den Mandeln Das ist also das letzte Gedicht aus dem Band Mun und Gedächtnis Hier komme ich jetzt sozusagen ins Spiel Ein paar Jahre später im Jahre 55 stieß ich auf erste Gedichte von Paul Celan in einem Prospekt eines Verlages den es noch gar nicht gab der sich damit profilieren wollte Luchterhand die gaben eine Zeitschrift wollten eine Zeitschrift herausgeben mit dem Herausgeber Alfred Anders Texte und Zeichen so ein Heft kostete 4,80 das war für mich sehr teuer meine Währung war so Rohwollt Taschenbücher die kosteten 1,50 Fischer war ein bisschen teurer waren auch die besseren Taschenbücher kosteten 1,80 aber 4,80 für ein Zeitschrift das war sehr viel aber die hatten auch ein Prospekt gedruckt und in diesem Prospekt entdeckte ich zwei Autoren die für mich ja sozusagen lebensbestimmend waren das eine war ein Mann so heißt man nicht als Autor der hieß Arno Schmidt ich meine das ist wer Schmidt heißt kann es nicht sehr weit bringen obwohl wir auch einen Kanzler hatten der so ist und von ihm einer der für mich heute noch schönsten Texte Seelandschaft mit Pocahontas war dort abgedruckt in Auszügen es ist viel zu lang für ein Heft und eben Gedichte von einem Menschen dessen Namen ich auch nie gehört hatte obwohl ich sehr an Lyrik interessiert war Günther Eich war so einer meiner jugendlichen Helden oder Elsa Eichinger oder Engel und das war Paul Celan von dem waren fünf Gedichte in diesem Prospekt abgedruckt ich habe sie nicht verstanden aber das ging etwas von diesen Gedichten aus ich verstande erst einmal nichts merkte aber dass hier eine Sprache gefunden war die an nichts anknüpfte was ich kannte die wie aus einer anderen Welt kam obwohl sie deutsch war schon die Titel waren eigentümlich Zwiegestalt Insel hin mit zeitroten Lippen dann die Bilder die nichts wiedererkennbares vorstellten auch keine Metaphern in dem Sinne waren die ich kennengelernt hatte und die doch eine blitzartige Evidenz erzeugten dann der Gebrauch der Präpositionen und Vorsilben um dem Stammbord eine neue andere Richtung zu geben schreibe ich da in meinen Erinnerungen also damit war ich ihm eigentlich verfallen obwohl meine Held die Helden meiner Jugend eben Ben und Pound gewesen sind und die werden auch noch eine Rolle spielen bei meinem Besuch in Paris der neue Gedichtband in dem diese Gedichte standen erschien dann unter dem Titel von Schwelle zu Schwelle 1955 und darin ist ein Gedicht sprich auch du darüber werde ich gleich noch reden aber wir hören erst einmal ein paar Gedichte aus diesem Band das ist der neunte Gedichtblock in Gestalt eines Ebers in Gestalt eines Ebers in Gestalt eines Ebers stampft dein Traum durch die Wälder am Rande des Abends blitzend weiß wie das Eis aus dem er hervorbrach sind seine Hauer eine bittere Nuss wühlt er hervor und am Laub das sein Schatten den Bäumen entriss eine Nuss schwarz wie das Herz das dein Fuß vor sich her stieß als du selber hier schrittst er spießt sie auf und erfüllt das Gehölz mit grunzendem Schicksal dann treibt ihn hinunter zur Küste dorthin wo das Meer seiner feste finsterst es gibt auf den Klippen vielleicht dass eine Frucht wie die seine das feiernde Auge entzückt das solche Steine geweint hat bretonischer Strand versammelt ist was was sahen zum Abschied von dir und von mir das Meer das uns Nächte an Land warf der Sand der sie mit uns durchflogen das rostrote Heidekraut droben darin die Welt uns geschah in memoriam Paul Eloi lege dem toten die worte ins grab die er sprach um zu leben bette sein haupt zwischen sie lass ihn fühlen die zungen der sehnsucht die zangen leg auf die lieder des toten das wort das er jenem verweigert der du zu ihm sagte das wort an dem das blut seines herzens vorbeisprang als eine hand so nackt wie die seine jenen der du zu ihm sagte in die bäume der zukunft knüpfte leg ihm dies wort auf die lieder vielleicht tritt in sein aug das noch blau ist eine zweite fremdere bläue und jener der du zu ihm sagte träumt mit ihm wir Paul Eluard war ein bedeutender Dichter der dem Surrealismus zugerechnet wird und er war gestorben 52 äh 5 und 50 und Celan stand an seiner Leiche um Abschied von ihm zu nehmen erkannte ihn und das Gedicht handelt davon dass es einen Freund von Eluard gab einen tschechischen Dichter der zum Tode verurteilt worden ist und verschiedene französische Dichter haben ein Gnadengesuch an an Regierung in Prag geschrieben und 1950 und um seine Begnadigung gebeten und Breton hat Eluard um seine Unterschrift dieses an für diesen Freund diesen engen Freund von Eluard gebeten und er hat die Unterschrift verweigert das war unter französischen Intellektuellen bis fast zuletzt im Grunde bis zum Erscheinen von Solzhenits Gulag Buch sie waren alle Stalinisten das was da geschehen ist musste halt geschehen damit der Sozialismus oder Kommunismus durchgesetzt werden konnte das war das furchtbare auch Sartre hat bis fast zuletzt das verteidigt was dort passierte und Eluard war eben auch so ein Apparatsch geworden so ein Parteimitglied leider Gott das ein großer Dichter aber das hat sie dann eben in diese Worte gefasst jemand einer der du zu dir sagte und jetzt noch das letzte aus dem Block sprich auch du sprich auch du sprich auch du sprich als letzter sag deinen spruch sprich doch scheide das nein nicht vom ja gib deinem spruch auch den sinn gib ihm den schatten gib ihm schatten genug gib ihm so viel als du um dich verteilt weißt zwischen mit nacht und mittag und mit nacht blicke umher sie wie es lebendig wird rings beim tode lebendig wahr spricht wer schatten spricht nun aber schrumpft der ort wo du stehst wohin jetzt schatten entblößter wohin steige taste empor dünner wirst du unkenntlicher feiner feiner ein faden an dem er herab will der stern um unten zu schwimmen unten wo er sich schimmern sieht in der dünung wandernder worte das wichtige an diesem gedicht für mich ist einerseits dass ich als letzter ja geschrieben habe die anderen die sich erinnert haben die befreundet waren mit selan die waren alle schon gestorben oder hatten ihre erinnerungen geschrieben deswegen sprich auch du sprich als letzter sag deinen spruch und das andere ist doch scheidet das ja nicht vom nein und das habe ich auch in den erinnerungen versucht eben nicht aus der Haltung der verehrung zu schreiben sondern selan so darzustellen wie ich ihn erlebt habe mit all seinen entsetzlichkeiten mit all seinem Anspruch dass man sein Leben eben nur ihm zu widmen hat und dass das andere auch wenn man andere Interessen noch eventuell hatte keine Rolle spielen durften mit ihm diese Besessenheit von sich selbst die erwartete als Vasallentreue geradezu das meine ich mit dem nein was bei mir eben dann auch zum Ausdruck kommt in aller Vorsicht nicht anklagend sondern die ganze Problematik dieser Figur dieses Menschen habe ich versucht darzustellen und dafür ist dieses auch dieses scheide das ja nicht vom nein wichtig und das wiederum dieses ja und nein auf einer Ebene werden wir später noch mal bei dem berühmten Hölderling Gedicht Tübingen Jena sehen wo er am Schluss in Klammern setzt Palaksch Palaksch das war in Hölderlins Kamalata Sprache wird ihn nannt das eine erfundene Sprache konnte es wohl ja wie nein bedeuten deswegen hat Selah das zweimal hingesetzt Palaksch Palaksch ja nein nein und ja und das ist aber hier schon drin mit diesem scheide das ja nicht vom nein also wir sind jetzt schon im Jahr 58 ich habe gerade Abitur gemacht und hatte Gelegenheit 58 im Frühjahr über Ostern nach Paris zu fahren mit Onkel und Tante die zum Tanzfest unterwegs waren und mich mitnahm und kündigte mit einem langen handgeschriebenen zehnseitigen Brief an meine Besuch der Zillard hatte gar keine Chance mir abzusagen ich stand vor der Tür im fünften Stock Rue de Langean und die kam sichtlich ungelegen denn sie hatten schon Osterbesuch von Hanne und Herrn Lenz den Autoren die ich auch nicht kannte und die hatten mitgebracht als Ostergeschenk die Triosonate oder das ganze musikalische Opfer und es lief gerade die Triosonate ich hörte kurz hin und sagte so etwas flapsig ja die Geigenstimme habe ich auch gespielt was stimmte ich hatte die gespielt zu Hause mit meinem Vater und mit noch anderen Cellisten dazu also damit war ich eigentlich drin sozusagen aufgenommen mir war verziehen dass ich da eingebrochen bin sozusagen naja und dann habe ich den Brief habe ich nicht in Hand geschrieben den Brief habe ich nicht in Kopie gehabt aber Cellan hat ja alles aufgehoben also war der dann da und ich war erstaunt was ich da alles für Sachen aufgefahren habe was ich alles kannte und so weiter und habe dann dem Cellan vorgeschwärmt von zwei mir vielbedeutenden Dichter nämlich von Ben und von Pound also einem Pound einem Faschisten und Ben einem immerhin Rassentheoretiker und Nazifreund wenigstens in den ersten Monaten ich war mir aber gar nicht bewusst dass das ja ihm gegenüber eine unglaubliche Taktlosigkeit ist er hat sich da auch nichts merken lassen davon ja was haben sie denn von dem Ben und von dem Pound ja ich bin ja altphilologisch aufgewachsen in der Schule lateinisch und griechisch und für mich sind das zwei Autoren in denen lebt die Antike noch wenn sie den ersten Gesang nehmen aus den Cantos von Pound das ist eine Mehrfahrt von Odysseus und bei Ben sind sämtliche griechische mythischen Gestalten da und spielen eine Rolle statt dem lieben Gott den die deutschen Dichter da immer aus der Versenkung hervorgeholt haben nach dem Krieg wurden sie alle fromm heißt es bei Ben eben nicht Gott sondern die Götter Ach Gott die Götter und ich schwärmte von dieser Präsenz des Antiken in der modernen Dichtung und er schrieb mir dann in mein Autogrammbüchlein im Sinne einer radikalen Entmythologisierung nix stücks das muss einem einfallen und in seinem ersten Gedichtband Monogedächtnis schrieb er mir rein Demodem bei seinem Besuch in Paris oder sowas an einem runden Tisch in Paris und klopfte auf den Tisch und sagte das ist ein runder Tisch und das ist ein Satz den ich mir bei aller Lektüre immer gemerkt habe das ist ein runder Tisch das heißt die Gedichte sind fundiert in einer echten in einer Lebenserfahrung sie sind nichts ausgedachtes sie sind nichts fiktives fiktionales oder wie man das nennen will sondern sie haben ihr Fundamentum in Re wie man in der Scholastik gesagt hätte und das war sehr hilfreich weil ich dadurch abgelenkt war davon alles metaphorisch oder so zu verstehen es gab immer eine bestimmte Begründung dafür davon ist dann auch ich kann das vielleicht auch gleich sagen Sprachgitter zum Beispiel wie haben die Kritiker dieses Wort benutzt um zu sagen ja ein Titel der sagt die Sprache verbindet nichts sie verhindert auch dass wir kommunizieren und so weiter und der Zähler sagt also warum muss man das als eine Metapher nehmen für Sprach Schwierigkeiten oder für das nicht Verbindende von Sprache ist es ein ganz konkreter Terminus nämlich Sprachgitter oder Sprechgitter ist das Gitter im Norden Kloster durch die die mit der Außenwelt sprechen können und der Zähler sagt wenn ihr etwas für einen Neologismus haltet guckt im Grimmischen Wörterbuch nach oder guckt in einem botanischen oder geologischen Handbuch nach und bei Sprachgitter steht eben Sprach- oder Sprechgitter im Norden Kloster und der Beleg wird aus Jean Paul Lieblingsdichter von Zählern genommen und noch aus einem anderen Barockdichter der komischerweise Zählander hieß also er hat das Krimische Wörterbuch von nach vorne und rückwärts gelesen und viele viele Ausdrücke kommen daher oder aus solchen Autoren wie Jean Paul zum Beispiel ja ich ging dann also mein erstes Semester nach Marburg da habe ich zum ersten Mal eben ich habe es vorhin schon gesagt in einem Studenten Kino den Film gesehen Nacht und Nebel von Alain René gedreht das Buch dazu stammte von Jean Caroll einem Überlebenden von Mauthausen übersetzt und in Versform gebracht von Paul Zähler und im Studententheater denn im offiziellen Kino verleiht durfte das nicht gezeigt werden ich habe das vorhin angedeutet weil das dem Ansehen Deutschlands geschadet hat und wir Deutschen haben doch wirklich alles getan und so weiter und so fort um diese Schande auszuwetzen und da habe ich zum ersten Mal das war 1958 zum ersten Mal Fotos von diesen Leichenbergen gesehen vorher konnte man das nicht sehen 1953 habe ich das Tagebuch der Anna Frank gelesen und wollte Literatur haben dazu es gab es nicht mit den Lehrern konnte ich nicht darüber reden ja das war blöd was damals geschah wir müssen nach vorne schauen das war alles was man so hörte in einem humanistischen gymnasium mit Nazi Lehrern natürlich Gießen wenn ich fragt wie war es ihr braucht nur die Briefe von Büchner zu lesen an seine Eltern so genau ist es auch geblieben steckbrieflich dort verfolgt worden naja gut dann nach nachdem Marburg mir zu ich habe korrespondiert mit Ceylan und so weiter in Marburg ordentlich studiert dann ging ich aber nach London für ein Jahr wo ich eben diese Emigranten kennenlernte zum Beispiel Anita Mittwoch aber eben auch Erich Fried Michael Hamburger auch ein Berliner der als Junge rübergekommen ist nach England noch gerade gerettet wurde dessen Hofmannsthalbüchlein ich damals übersetzt habe und bei meinem Rabbi wo ich wohnte Lion und Blue habe ich so die ersten Schritte im Hebräischen gemacht ich habe es später dann richtig studiert dann nach Berlin zwei Semester wo ich bei Peter Sondi kennenlernte denjenigen dem ich die Fähigkeit zu lesen eigentlich verdanke die Genauigkeit im Lesen 59 erschien der nächste Gedichtband inzwischen bei Fischer Verlag mit dem Titel Sprachgitter das ist ein Gedicht aber gleichzeitig der Titel des Ganzen dazu habe ich ja schon einiges gesagt es ist einer der würde ich mal sagen großen Gedichtbände da sind nicht mehr diese schönen diese Naturbilder und so weiter drin sondern es ist eine beginnt schon eine wie er es dann später nannte eine grauere Sprache vielleicht liest du jetzt Stimmen und Tenebrä und Sprachgitter Stimmen ins Grün der Wasserfläche geritzt wenn der Eisvogel taucht sirt die Sekunde was zu dir stand an jedem der Ufer es tritt gemäht in ein anderes Bild Stimmen vom Nesselweg her komm auf den Händen zu uns wer mit der Lampe allein ist hat nur die Hand draus zu lesen Stimmen Nacht durchwachsen Stränge an die du die Glocke hängst wölbe dich Welt wenn die Totenmuschel heranschwimmt will es hier läuten Stimmen vor denen dein Herz ins Herz deiner Mutter zurückweicht Stimmen vom Galdenbaum her wo Spätholz und Frühholz die Ringe tauschen und tauschen Jakobs Stimme die Tränen die Tränen im Bruderaug eine Blick hängen Wuchs wir wohnen darin atme dass sie sich löse Stimmen im Innern der Arche es sind nur die Münder geborgen ihr sinkenden hört auch uns keine Stimme ein Spätgeräusch stundenfremd deinen Gedanken geschenkt hier endlich herbeigewacht ein Fruchtblatt Augengroß tief geritzt es harzt will nicht vernarben Tenebrä nah sind wir her nah und greifbar gegriffen schon her ineinander verkreit als wäre der leib eines jeden von uns dein leib her bete her bete zu uns wir sind nah windschief gingen wir hin gingen wir hin uns zu bücken nach mulde und mar zur tränke gingen wir her es war blut es war was du vergossen her es glänzte es warf uns dein bild in die augen her augen und mund stehen so offen und leer her wir haben getrunken her das blut und das bild das im blut war her bete her wir sind nah sprachgitter augen rund zwischen den stäben flimmert ihr lied rudert nach oben gibt einen blick frei iris schwimmeren traumlos und trüb der himmel herz grau muss nah sein schräg in der eisernen tülle der blakende span am lichtsinn erretzt du die seele wär ich wie du wärst du wie ich standen wir nicht unter einem passat wir sind fremde die fließen darauf dicht beieinander die beiden herzgrauen lachen zwei mundvoll schweigen ich will nur ein paar sachen zu tenebrä sagen das ist immer verstanden worden von der Oster oder Karfreitagsliturgie her aber man kann es auch anders lesen am Anfang in der zweiten Strophe steht von ineinander verkrallt das sind die Menschen in den Todeszellen und ich habe mich immer gewundert warum man das als christliches Gedicht gelesen hat denn das Judentum ist ja keine Religion es ist ein Bündnis was zwischen Gott und den Menschen geschlossen worden ist die Menschen haben sich danach zu halten aber Gott eben auch der hat seine Verpflichtungen einzuhalten gegenüber den Menschen dieses bete Herr wir sind nah ist die Anrede an diesen jüdischen Gott der sich wieso hast du das zugelassen und so weiter wir kommen nachher bei dem Nelly Sachs Gedicht noch einmal darauf das kann man eben ganz anders lesen zumal wenn es aus der Todeserfahrung heraus geschrieben worden ist aus diesem großen Band Sprachgitter wollen wir noch vielleicht zwei Gedichte hören das eine Köln am Hof und das Band noch das Köln am Hof ist ein Gedicht was ganz ganz eng mit der Wiederbelebung der großen Liebe zu Ingo Bachmann geschrieben worden ist und vor diesem Hintergrund vielleicht auch zu sehen ist Köln am Hof das am Hof ist ein Sträßchen in der ein Hotel war ein ganz kurzes Gedicht Köln am Hof Herzzeit es stehen die Geträumten für die Mitternachtsziffer Einiges sprach in die Stille Einiges schwieg Einiges ging seiner Wege Verbannt und verloren waren daheim Ihr Dome Ihr Dome ungesehen Ihr Ströme unbelauscht Ihr Uhren tief in uns Bahn Dämme Wegränder Ödplätze Schutt Lichtgewinn Messbar aus Distel Ähnlichem Einiges Rot im Gespräch mit Einigem Gelb Die Luft Schleier vor deinem verzweifelten Aug Das letzte reitende Sandkorn Die Augerden damals Das gelächelte Wort vom Marchfeld Vom Steppengras dort Das tote Ringelspiel Kling Wir drehten uns weiter Der Sandkorn ritt Das Auge ihm zugewand Die Stundentür und ihre Geräusche Bahndämme Wegränder Ödplätze Schutt ist der Titel dieses Gedichtes gewesen Das ist die Überschrift in einem Buch Was blüht denn da Zellan hat ein großer Botaniker und hat solche Bücher immer mit sich getragen aber wenn Sie den Titel so hören so klingt das ja wirklich poetisch er konnte aus allem so wie Midas was Midas anfasste und so wurde alles zu Gold so wurde alles zu Poesie in den ganz späten Gedichten können Sie das Gedicht genau verfolgen wenn Sie ein bestimmtes medizinisches Handbuch zu konsultieren tief im Aortenbogen da erfahren Sie alles was in dem aber es ist so ein Gedicht gemacht worden das ist das Fantastische bei ihm im Jahr 1961 kam ich aus Berlin nach Frankfurt die hatte gesagt Sie müssen jetzt bei Adorno weiter studieren kam ich also nach Frankfurt und wurde dann relativ bald Lektor habe mein Studium sein lassen Genies brauchen kein Examen und wir alle hatten kein Examen bei Sokam und Insel oder fast alle und dachte naja die Chance gibt es nur einmal in den Verlag zu kommen 1964 wie gesagt im September 65 klingelte auf einmal das Telefon hier ist Paul Celan können wir uns bei Ihnen privat sehen Dr. Unselt hat mir ein Angebot gemacht zu Sokam zu kommen Celan war bei Fischer mit Sprachgitter und mit folgenden Band die Niemandsrose aber das habe ich jetzt weggelassen weil das EU verlost wurde die sogenannte Goll Affäre spielte da eine große Rolle Ivan Goll war ein Schriftsteller und ein Lyriker den Celan schätzte und kurz vor seinem Tod drei Monate vor seinem Tod noch kennenlernte und die Witwe Goll Claire Goll hat dann herausgesteckt er Celan hätte ihren Mann bestohlen hätte aus dem Nachlass Sachen genommen man konnte nachweisen dass sie selber den Nachlass gefälscht hat aufgrund dieses frühen Gedicht Bandes der Sand aus den Urnen der in Wien noch erschienen war und den eher wenigen geretteten Exemplaren den Golls geschenkt hatte und so weiter das ist eine ganz widerwärtige Geschichte gewesen die Celan auch sicherlich an der geistigen Zerrüttung eine Rolle spielte für ihn und zu seinen verschiedenen Krankenhaus Aufenthalten führten das will ich auch nicht im Preistreten hier und Celan hatte eben gehofft oder erwartet dass der Fischer Verlag offen ein Prozess gegen die Witwe Goll führt und der Fischer verlasst da wird die Sache nur nochmal eine größere Glocke gehängt Sie brauchen doch keine Angst zu haben Sie sind ein großer Dichter Sie müssen sich doch vor der Dichter Witwe nicht fürchten das nimmt ihnen nichts von ihrem Ruhm aber Celan war so empfindlich dass er das eben nicht akzeptiert hat wer immer von seinen Freunden sich für ihn eingesetzt hat hat es da mit ihm verdorben weil er sich nicht genau genug mit ihnen raus immer nur gesagt hat das ist die Fälschung stimmt nicht statt zu sagen es ein ganz großer Dichter aus den und den Gründen und solche Verleumdung dürften keine Rolle spielen es war sehr schwierig ihn zu verteidigen jedenfalls als Unselt ihm ein Angebot dachte er gut auf die Weise komme ich dann los von Fischer und mal sehen jedenfalls es war in Frankfurt im Fischer Verlag um an einer Michaux Ausgabe zu arbeiten die er herausgab auch zum Teil übersetzte und er kam also an ich wohnte hier nicht weit in einem kleinen Sträßchen das heißt Eiserne Hand die ist an der Hebelstraße also unten runter wenn sie die Eckenheimer runterfahren neben der Haltestelle Musterschule geht das kleine Sträßchen ab und da wohnte ich in einer Verlagswohnung zusammen mit meiner Schwester die im ersten Semester Kunstgeschichte hier in Frankfurt studiert hat also er kam an und wir haben er hatte Vorbehalte gegen Suchkamp weil er dachte die Lektoren sind alles Kommunisten oder linke Leute habe ich gesagt ja das sind alles links Intellektoren die lesen Marx Frühschriften und die lesen die Frühsozialisten aber das sind keine Idioten das sind keine KPD Leute und so weiter aber sie haben doch Grund sich aufzuregen angesichts einer Gesellschaft in der die Juristerei immer noch besetzt ist mit alten Nazirichtern wir waren alle empört über die Urteile des Ausschussprozesses der Ausschuss war sehr wichtig für uns aber die viele Freisprüche und geringe geringste Strafen die geringsten die man überhaupt finden konnte und damit da war zu der Zeit war ja auch noch im Mord verjährt das fanden wir empörend und haben natürlich in der Edition Sorkamp viele politische Titel veröffentlicht und ich sagte ihm sie waren ja selber in ihrer Jugend ein Sozialist und ein Anarchist sie schreiben von von Krapotkin sie schreiben von Bakunin sie haben den und jenen und so weiter geschätzt und außerdem Sorkamp ist ja schließlich der Verlag von Brecht und von Benjamin von Adorno von Sondi und so weiter das hat ihn dann etwas überzeugt am Ende sagte er gut ich bleibe ich komme zu unserer Bedingung dass sie mein Lektor werden wir haben viel über das Übersetzen gesprochen das kann ich jetzt alles gar nicht erzählen das könnte privatisimum aber ich muss ja auch nein wir müssen ja Schluss machen eigentlich Herr Grebe nein sie schüttelt den Kopf gut aber er kam später am Abend von der Arbeit im Fischer Verlag und wir haben nichts weiter getan als ein bisschen Gebäck oder zwei Flaschen Whisky getrunken das heißt er wohnte in dem neuen Intercontinental und wir dachten naja wir gehen jetzt da zu Fuß hin was wir auch gemacht haben so halbwegs eingehänkelt wenn er mal austreten musste so Propheten gehst du ich musste jetzt mich um die Ecke stellen und er grüllte grüllte und sang die Warschau-Vianca und das Solidaritätslied und die Internationale und so weiter und brüllte man Aurora das ist das Schiff gewesen was den Schuss geliefert hat wonach der Winterpalais erobert worden ist 1917 oder Max Hölz das war ein Anarchist der Anfang der 20er Jahre im Gefängnis saß da gab es Aufmärsche von Studenten Max Hölz ich kannte das alles gar nicht aber er war voll von diesen Transolutionsgeschichten die mir natürlich neu waren und das erzähle ich vielleicht auch es war ein Wahljahr es war 65 und er sah auf einmal die FDP Plakate gelb blau und sagt um Gottes Willen das sind die ukrainischen Faschisten und damit war er ausgenüchtert und wir gingen also die Bleistifte nebeneinander in sein Hotel er ist auch nie darauf zurück zurückzukommen aber bevor er klingelte merkte ich es ist ein Taxi angekommen aber ich wollte da nicht auf die Straße gehen so als hätte ich nur darauf gewartet dass das Taxi kommt und ich sagte er wird schon klingeln also er kam zwei drei Minuten nachdem das Taxi angekommen war hatte weiter nicht kommentiert später sagte er in meinem neuen Gedichtband das war der zweite den ich mit ihm gemacht habe Faden Sonnen steht ein Gedicht Frankfurt Komma September das ist meine Abrechnung mit dem Fischer Verlag und das habe ich vor ihrer Tür geschrieben als ich aus dem Taxi stieg das interessante daran ist also ich habe das nicht verstanden Abrechnung obwohl auf dem Gedicht in dem Gedicht konnte man sehen dass er da eine Fotowand im Fischer Verlag gesehen hatte wo Freud drauf war und Kafka drauf war und solche aber will so abbrechen er hat das Gedicht einen Tag später noch einmal bearbeitet und hat zwischen Frankfurt und September den hebräischen Buchstaben Ayin eingefügt was sollte ich kannte natürlich Ayin ich wusste das ist ein Kehlkopf Verschlusslaut aber was sollte das und die Herausgeberin der Gesammel Gedichte hat mich gefragt können Sie damit was anfangen und da habe ich wie man litisch sagt geklärt und geklärt und da fiel mir ein es gibt einen Psalm der ist angeordnet nach dem Buchstaben des hebräischen Alphabetes also acht Zeilen die nur mit Aleph auf Aleph gereimt sind auf Beth auf Gemel da und so weiter da habe ich unter Ayin nachgeguckt und das ist tatsächlich ein Psalmenteil 119 können Sie heute Abend nachlesen in Ihren Bibeln und da steht Sie verfolgen und verlästern mich also durch die Einfügung dieses Kehlkopf Verschlusslautes den er dann im Druck wieder gestrichen hat aber das letzte Wort des Gedichts heißt der Kehlkopf Verschlusslaut singt wie man im Psalm singt aber der kann gar nicht singen der Kehlkopf Verschlusslaut sein und die Talmonisten sagen nein die Kabbalisten sagen Gott hat zur Schöpfung nur das Aleph ist nämlich auch ein Kehlkopf Verschlusslaut nur das gesprochen und daraufhin ist seine ganze Schöpfung erfolgt naja und das Bet ist eine geöffnete Klammer also rechts vom Bett kann nur das Alpha stehen Aleph stehen und dann kommt das Bet und was hinter Bet steht das ist alles Genesis und Exodus und Leviticus und so weiter und so weiter ach Gott ja jetzt rede ich wieder viel zu viel also es gibt diesen vierten Gedichtband noch Niemandsrose wollen wir da noch ein paar Gedichte draus lesen vielleicht oder ist das ist das zumutbar ja also bei Weinen und Verlorenheit und zurück zum Storchen bei Weinen und Verlorenheit bei beider Neige ich ritt durch den Schnee hörst du ich ritt Gott in die Ferne die Nähe er sang es war unser letzter Ritt über die Menschenhürden sie duckten sich wenn sie uns über sich hörten sie schrieben sie logen unser Gewirr um in eine ihrer bebilderten sprachen Zürich zum Storchen für Nelly Sachs vom zu viel war die Rede vom zu wenig von du und aber du von der Trübung durch Helles von Jüdischem von deinem Gott davon am Tag einer Himmelfahrt das Münster stand drüben es kam mit einigem Gold übers Wasser von deinem Gott war die Rede ich sprach gegen ihn ich ließ das Herz das ich hatte hoffen auf sein höchstes umröcheltes sein hadernes Wort dein Auge sah mir zu sah hinweg dein Mund sprach sich dem Auge zu ich hörte wir wissen ja nicht weißt du wir wissen ja nicht was gilt das ist ein großes Gedicht zurück zum Storchen heißt sie beide wohnten in dem wunderbaren Hotel zum Storchen an der Limmat auch da haben sehen sie das Wasser das leuchtet in der Sonne Himmelfahrtstag schönstes Wetter und so eine so typische Rände dieses weißt du wir wissen ja nicht weißt du das gilt das sind so im Gespräch auch solche Frauen die er immer wieder gebraucht hat Nelly Sachs eine Überlebende die in Schweden überlebt hat des Todes berühmte Gedichte und sie waren sehr eng befreundet meine Schwester hatte sie genannt aber das war auch belastet weil sie sagte so wie ich gelitten habe sie wurde dann sehr krank so wie ich gelitten habe haben nicht einmal die Leute in Auschwitz gelitten und das konnte Zeller natürlich nicht verkraften solche solche Vergleiche wir haben noch vielleicht nur das Höllerling Gedicht das sollte wichtig sein aber ich will etwas zum Jahr 68 sagen 68 war ja das Jahr der Studentenrevolte Zeller kam strahlend nach Frankfurt L'imagination au pouvoir also die Fantasie an die Macht dass sowas freute ihn also den Aufstand den die Studenten gemacht haben so kam er mit frohen Botschaften nach Frankfurt aber er war sehr schnell ernüchtert als er merkte wie die KPF die Kommunistische Partei Frankreichs wie die alten Stalinisten wie die Sozialisten wie die Gewerkschaften so schnell die Studenten dann auf ihre instrumentalisieren wollten sodass dieser große Aufbruch dann mehr oder weniger versandete es gab da einen der hieß Daniel Rouge den haben die Franzosen rausgeschmissen und ihm glaube ich auch die Staatsbürgerschaft aberkannt jedenfalls der kam dann nach Frankfurt den kennen Sie ja alle Kurt Mendel und der brachte so den französischen Geist mit in die deutsche Dumpfheit der Theoriediskussion und mischte das deutsche studentische Publikum ein bisschen auf und tut das ist ja bis heute noch eine sehr erfrischende Gestalt in Zeiten zwischen 80 oder so etwas also jedenfalls Celan war begeistert davon und ich erinnere mich an einen Abend bei Unseld wo ein alter deutscher Professor Ordinarius sich beklagt über diese Studenten und sagt das ist ja wie 33 und sprengen die Vorlesungen und so weiter und er sagte die jungen Leute heute die wissen noch nicht was sie wollen sie wissen nur dass das was es ist in der hiesigen deutschen Juristerei und so weiter ist nicht das was richtig ist oder wie man darauf reagierte auf die Studentenproteste das waren ja alles die sind von drüben geschickt und solche Sachen diese Diffamierung gegen die Studenten aber sagte Celan die damals diese Nazi-Horten die wussten genau was sie wollten und so hatte das unterschieden also er war ein politisch ganz ganz wacher Mensch allerdings wurde er las er nur die FAZ und die und die Spiegel und seine Freundin die Germanistin Giza Dichner die las auch die Frankfurter Rundschau und hat ihnen dann erzählt was in der Frankfurter Rundschau steht und was er nicht mitkriegt wenn er nur die FAZ liest Friedeburg nannte damals der FAZ ein Kampfblatt die war sehr rechtslastig also wie gesagt 68 das ist ja vorbei wie man das Klima das politische Klima angeheißt hat damals gut da könnte ich jetzt ganz viel noch sagen will es aber gar nicht tun sondern noch liest du doch bitte noch Tübingen Jänner und dann kommen wir zum Schluss wobei ich sage mal Tübingen Jänner wieso Jänner kann ja auch Januar schreiben das Jänner ist für ihn ein wichtiges Wort das kommt einerseits aus dem Lenz von Büchner den 20. Jänner ging Lenz durchs Gebirg nur war es ihm manchmal unangenehm dass er nicht auf dem Kopf gehen konnte Ceylan in seiner Büchnerpreisrede schreibt dazu wer auf dem Kopf geht meine Damen und Herren der hat den Himmel als Abgrund zu Füßen 20. Jänner ist auch der Tag der Wannsee Konferenz insofern sind diese Dinge immer übereinander und Ceylan hatte so ein Gespür für diese Gleichzeitigkeit dieses Weltverlorene von Lenz und auf der anderen Verbrecherische der Nazis und deswegen Tübingen Jänner statt Januar und Jänner ist dann für Ceylan natürlich öffnet alle möglichen Welten beginnt Tübingen Jänner zur Blindheit überredete Augen ihre ein Rätsel ist rein entsprungenes ihre Erinnerung an schwimmende Hölderlin-Türme Möwen umschwirrt Besuche ertrunkener Schreiner bei diesen tauchenden Worten Käme Käme ein Mensch Käme ein Mensch zur Welt heute mit dem Lichtbad der Patriarchen Er dürfte sprich er von dieser Zeit Er dürfte nur lallen und lallen immer immer zu zu Palaksh 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 steht in Klammern und in Anführungszeichen ich habe das schon erklärt was das bedeutet es ist immer immer zu zu ist eine Anspielung auf Wolzeck von Büchner wiederum und der Lichtbad des Propheten das erinnert an den Moses dem mit leuchtendem Gesicht vom Berg Sinai herabsteigt das ist dieses Problem der Vokalisierung das kann auch heißen er war gehörnt bei Moses bei Michelangelo ist er doch gehörnt und wenn man das Wort was da steht im Hebräischen anders vokalisiert da kommt das glänzende Gesicht heraus mit dem Lichtbad so ist das alles mehrfach überlagert lallen ist auch ein interessantes Wort ich habe mal im Neuen Testament nachgeguckt und das Wort lallen woher unser lallen kommt heißt das ist immer das Wort für sprechen wenn Jesus spricht also das kann man auch mal nachgehen ob das noch eine andere Spur ist man findet ja immer man kann Zellan nicht interpretieren oder ich habe es mir abgewöhnt zu interpretieren das war ja früher Beruf man kann nur sagen das und das könnte das und das sein könnte eine Spur sein die da und dahin führt ansonsten müssen wir es stehen lassen wie es ist und eben ein botanisches ein geologisches ein kristallografisches Wörterbuch konsultieren oder eben einen guten alten Grimm oder immer wieder Jean-Paul lesen das führt uns sehr weit gut damit machen wir jetzt Schluss mit einem Gedicht was jetzt ihn mal an die Wand projiziert wird das ist das letzte Gedicht von dem Band Atemwende was Atemwende war der Band den ich mit Zellan gemacht habe liest du es vielleicht vor oder soll ja einmal da hörte ich ihn da wusch er die Welt ungesehen nachtlang wirklich eins und unendlich vernichtet ichten Licht war Rettung dieses da hörte ich ihn da wusch er die Welt das ist erst in den Fahnen in kleinen Buchstaben korrigiert worden das hieß erst I mit großem E mit großem E das war die Bibelübersetzung von Bube und Rosenzweig wo für Gott immer das er also wir haben dann der Herr oder so etwas und bei Bube und Rosenzweig steht er und ihn mit Großbuchstaben das hat er dann aber gekirkt und da hörte ich ihn Gott den hebräischen Gott hört man nur der der lässt sich nicht sehen der ist nur zu hören nicht also die Stimme aus dem Dornbusch zum Beispiel und das eins und unendlich das ist sehr eins ist Aleph und so weiter und unendlich da kann man viel dazu sagen sage ich Ihnen jetzt nicht das können Sie nachlesen bei mir vernichtet Ichten was ist Ichten was heißt das ja das heißt eigentlich Nichten und das Ende ist weggefallen das heißt Dichten das D ist weggefallen C dann sagte nein das ist ein mittelalterliches Wort das heißt Ichen von Ich Ichen und die Vergangenheitsform heißt Ichten ganz einfach wobei wenn man in den mittelhochdeutschen Wörterbüchern nachguckt es gibt das Wort Ichten nicht im mittelhochdeutschen das hat er also erfunden es gibt nur Ichen das heißt also wie Eichen das ist ein Eichmaß aber deswegen habe ich vorhin gesagt wie wichtig auch in der Wortbildung das Hebräische für ihn war im Hebräischen können Sie mit den Wörtern alles machen was Sie wollen wie gesagt im Ungarischen auch also Sie können ein Personalpronomen wie Ich können Sie konjugieren oder Sie können es deklinieren das geht nur im Hebräisch und da er so gut ich habe darüber geschrieben weil ich immer wieder finde wie er vom Hebräischen her denkt auch in den Wortbildungen Sie können Ich Ichen Du Ichst Wir Ichen Wir Ichen Wir werden Ichen und so weiter Das geht im Hebräischen und so habe ich das verstanden aber leider konnte ich ihm das nicht mehr sagen der war dann schon nicht mehr da auf der Welt So jetzt habe ich Ihre Zeit haben wir Ihre Zeit Übergebühr beansprucht und lesen Sie Zellan und versuchen Sie immer es steht alles im Gedicht sagt er Sie müssen nur lesen 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 das Verstehen kommt von selber in diesem Sinne meine Damen und Herren vielen Dank für Ihre Anwesenheit Applaus 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 Oh Dankeschön Applaus 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.